Moment, was geht, ich saß ja ganz konkret, auf der Panamira floh denn, ich bin auf Karriere Going wait, Moment, was geht, ich saßαι ganz gekriegt, ich hab' den Panamira floh denn, ich bin auf Karriere-go-well, molle. Finca Fischer Scholle, molle Und ich rolle, 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 meine Knolle rief ein iigget' Bin immer noch Gr powers ağlic siðlo, feilos, auf der straße Denk nicht dass ich hatte' zahle Na hi na Immer noch am Schwabe Auf der Yacht, nach dem Hack, soviel Anzerix Unbezahlbare Beats, doch ich bezahle nix Grünes Moos, mach mich breit, so wie Popeye Am ein Flug durch den Einfluss von Young Ike Ich bin gespannt wie ne Slack, festgemacht mit Karabiner Am Bestand ist fett, wenn da gestillt im Binär Ich geb all mein Geld für Keeper Ab Marktplätze für Feature Äh, Moment Was es geht? Ich saß ja ganz konkret Ab dem Panamira Floh, denn Ich bin auf Karriere Goh, Moment Was es geht? Ich saß ja ganz konkret Ich hab dem Panamira Floh, denn Wim 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 Ich bin auf Karriere Goh, Moment Learning Time Ayo, dein letztes Back, deutsche Rapper fürchten um ihr Leben Sie werden alle nacheinander wie ihr Würgegriff erledigt Ich, bei Paul ist noch würdig, würd ich sagen der Letzt Der mit genialen Texten Leute in Ekstase versetzt Dein Rap dagegen ihr Blommage bis jetzt Deshalb wirst du von der Meute ohne Gnade zerfetzt Und DJ, sie ist mit Diamant und Jade besetzt Eminem, man nennt ihn auch den amerikanischen Letzt Und sie fragen, wird der Lerner dieser Lage gerecht? Jo, meine Parts sind fett genug, ich hab die Waage gecheckt Gerade war die Lage noch entspannt, aber jetzt geht's los, der wahre Letzt Solange da Fassaden versteckt Selbstverständlich wird der Lerner immer stärker und zuständig Ob ich endlich mal mein Potenzial erreicht hab, Digga, längst nicht Digga, längst nicht Digga, längst nicht Es war international Es war international Untertitelung des ZDF, 2020